Hallo, liebe Seele, ich bin Margareta Kradolfer. Seit meiner Kindheit erfüllt mich eine bedingungslose Liebe zur Schöpfung. Als hochsensitive Seele fühlte ich mich schon immerhin gezogen zu den Geistwesen der höheren Dimensionen und zu all den Naturwesenheiten, die gerade hier in diesem grenzenlosen Naturraum in einer großen Fülle wahrnehmbar und spürbar sind. Hier fühle ich mich wohl und geborgen. All die Naturwesen freuen sich, wenn wir mit ihnen in Kontakt treten und ihren Botschaften lauschen. Ich spüre und kommuniziere ganz natürlich und spielerisch mit ihnen. Das möchte ich auch dir, liebe Seele, näher bringen auf dem Weg zum inneren Garten. Sie unterstützen uns wohlwollend auf dem Entwicklungsweg, wenn wir es zulassen. Vielleicht bist du gerade jetzt auf der Suche nach mehr Balance in deinem Leben, in diesen Zeiten des großen Wandels. Lass dich einladen auf eine innere Reise der Leichtigkeit, die dich die Schönheit deiner persönlichen Seelenkraft erkennen lässt. Gerne unterstütze ich dich bei der Entdeckung deiner persönlichen Wahrnehmungsquellen und der Begegnung mit deiner Seele. Lerne aus ihr zu schöpfen und entwickle mehr Vertrauen zu dir selbst und deinen wahren Talenten und Stärken. Lass dich von meinem Angebot inspirieren auf www.lichtperlen.ch Ich freue mich auf dich. Mit meinem geistigen Team begleite ich dich gerne in die Freude, die Leichtigkeit und die Liebe zu dir selbst und dem Leben. Auf dem Weg zum inneren Garten und in das eigene Seelenwissen. Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich. Vielleicht hast du jetzt auch Lust bekommen auf einen Spaziergang in der Natur, im Wald. Lass dich überraschen. Alles Liebe. Eure Margherita. Musik Ihr Liam. Lass mich. Lass dich überraschen. Leissent. Untertitelung des ZDF, 2020